komm rein vier, drei, zwei, eins die dan ist drin dann sind wir immerhin in 3 gegen 2 sobald es dann bei marius geklappt hat ja da müssen wir eine zeitlang hier zu zweit aushalten bleib hart der offensiv ne ja oh ja 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 da ist das 1 0 komm dazu marius komm dazu wiederholung nicht abbrechen also ich drück noch nicht a da ist marius bist du drin marius ja war ich gehöchste konzentration hier wieder schön ha weckerammt hauptsache ich jubel die ganze zeit ich habe mich gemutet hauptsache ich jubel die ganze zeit und habe antworten gegeben ja ich bin da ja wie geil toll tor und alles hauptsache ich bleib hinten hauptsache ich habe es auch gut das hat aber kein boost gerade um hinterher zu kommen fack schade komm wir dürfen die die führung nicht verspielen jetzt bin ich mal stehen geblieben weißt du egal du hast zehn ball zumindest rechtswert zu schnell der ball für mich ohne boost schön lukas geh du drauf an gott an gott freilgut nice ja geblockt jetzt höre ich mal hier den boost er ist ekelhaft fuck den krieg ich nicht ok konzentration jetzt fuck äh fette beute warum bist du online und kannst schreiben obwohl du offline bist ohne marius läuft schreibt tobi laks wie ein catwurm krass stimmt und den rest lese ich gleich die holen wir noch alles ja drei minuten alles drin also wirklich alles drin Habeck ich wollte nur ja ich wollte ich bin vorgefahren und dann wieder zurück weil es nicht ach schön oh ja ja sehr gut bin hinten bin hinten ich bin jetzt nicht angeschossen ok nein ich bin damit habe ich nicht ah nein ich wusste nicht wie weit ihr vorne seid weil ihr da gerade beide noch hinten wart sorry starke pass nein oh scheiße ich krieg der den dann hoch Geldkonzentration ist alles drin wirklich ja Tobi laks ohne Marius 1 zu nur mit Marius 1 zu 1 das aber halt die Fresse alles gut halt die Fresse Tobi halt die Fresse Tobi fick die Fresse ich bin hinten ich bin hinten ich bin hinten ein bisschen offensiver ne ist gleich ja mann super sehr gut läuft oh nein bitte ne oh Gott sei Dank ist der anders gepreit oh nein nein scheiße gerade kein boost und jetzt Offensive Ah, wenn da keiner defensiv gewesen wäre, wäre da reingegangen Komm, 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 komm Alter Mein Fehler Ich hab ja den da eventuell schon haben können War nicht dein Fehler Haben wir noch zwei Spiele Das stimmt C2 Ist ein schnelles Turm Ah, dann hau ich Daniel an den Ballerwein Das gibt's ja nicht Ich glaube, ich hab Daniel da entscheidend in den Ball reingeschlagen Könnte das sein? Ja Bisschen Aber es war eine einfache Parade also Ja, okay Ist egal, wir machen das nächste Jetzt das ganze Pesh Ja, das ist das Genau, jetzt hier Schön Mach ich so ein Tor, ne? Ist ja... Ein, zwei Tore waren echt an Lucky, schreibt Tobi Haben noch drei Tore und dann ist alles drin Übrigens, Tobi Lex, das war ein Scherz Wenn wir jetzt ein... Wenn wir jetzt ein Anschlusstor machen? Mit, äh... Ist wirklich was drin Bevor ja... Unstimmigkeiten sind Hab ich... Wieso wird der nicht ins Tor gepackt? Bei dem breit der ins Tor, ne? Ärgerlich Das wär's gewesen Das wär's gewesen Egal, wir haben noch ein ganzes Spiel Ja Dann hau ich den auch noch in den Ball Ah, solang's nur das ist Turbillax Hab ich auch gesagt, Lukas, ich lese und ich lese selber Bin ein Idiot Egal Alles gut, Beute Ihr ging nicht Ich hab dich schon entfolgt Alles gut Wir haben noch ein zweites Spiel Ich war auch nervös Und mit dem raus und... Die sind zu machen Ah, die sind aber auch nicht schlecht Das muss man halt aussagen, ne? Ja, aber... Also das war jetzt ein bisschen zu hoch Ja, ja das stimmt Bisschen zu hoch Jetzt... Mach ich den Scherz weg Dann mal kurz noch herziehen Und dann... Ihr seid ne Comeback-Mannschaft Das stimmt Ok Jetzt wieder höchste Konzentration Da seh ich uns Schön, bin hinten Ach doch, diesmal hab ich mich durchgesetzt Ich hab leider kein Bus, um an die Bahn zu gehen Oh shit Habeck Ich hätt dir nix machen können Habeck Geht nicht Oh, scheiße Geht auch nicht Oh, das geht nicht Schön Ach du... Boah, schön Aber komm noch Mal Nein, dann verkacke ich Kein Boost gerade Lass dir das Pech ausspielen Ist doch gut In hinten... Und zu gewinnen braucht man nur ein Tor Oh, hätt ich drauf gehen können Stimmt Ach... Sehr gut Lucas, noch mal drauf Genau Ja, ja, ja Boah... 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 Schön, Mannes Jetzt raus... Ach, schade Schön, Daniel Die können wir aber auskontern Ja, die könnten wir eigentlich ganz gut auskontern Ach, scheiße Wohl einer von denen immer frühzeitiger nach hinten fährt Wenn ich die Typ nicht die ganze Zeit anschießen würde, ey, dann wollen wir hier auch mal aus der Ecke rauskommen Boah, schön Effelig gerade Von euch, jawoll Scheiße Ah, die stehen aber auch wirklich immer da, wo wir den Ball hinhauen, ne? Das ist so... Nervig Kommt ja direkt zurück, der Ball Guck Alter ACHTUNG Ich bin fast nur hochgefahren Ah, ich eier hier auch die ganze Zeit nur mit 10 Boost-Gefühl drum, ey Ach, Mann Ey, die klauen den Echtern in jeder Ecke, hab ich das Gefühl Ach, so... Alles gut, alles gut, du hast ihn Ja, und außerdem komm ich doch Teilweise kaum zu, denen zu sammeln Scheiße, gehen in die Mitte, nicht in deren Hälfte Schön Fahr raus Ah, wenn der da verkackt Guck, guck, guck Scheiße Ach, da komm ich ja nicht drüber an Das ist doch sehr schön Ach... Ja, ungenau vor dem Das kann nicht sein Ah, scheiße Hätte er nicht in der anderen Ecke spawnen können, ja Habe... Schön Hups Wie frech Schön Ah, ich bin vorbeigefangen Oh, ich bin hinten Immer wieder Ah, lecko mir, weh Und schon wieder Ah, schade Ah, schade Ah, schade Nein Ach, Gott, der kommt durch Ah, nein Geht der den halt so... Oh, fuck Hab ich hab ich hab ich hab ich Ja Ja, ich hab dich gesehen Ja 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 Zweimal ein dreckiges 1-0 I believe Okay Zauber, Marius Ah, schön Daniel den Typ nachgedrückt Richtig gut, Daniel Richtig gut Ja, hab ich zweimal gemacht War gewollt War gewollt Ja Okay, 25 Sekunden Okay Schön Wichtig Ah, scheiße Ich werde ihn eigentlich mehr in der Ecke behalten Ah Ach, dann schießt er mich an Sehr gut Hab ich Ah Oh, ne Oh, ne Oh Sauer Er wird aber noch ekelhaft Hoffentlich kommt ja keiner Ah Okay Okay Yes Sehr gut Sehr gut Na, komm setz ich mich hin und ziehe die Kopfhörer am Tor Das hat Lord Toad geschrieben Ah, nice Wir haben's nochmal ins drückliche Spiegel hier geschafft Sehr gut Sehr gut Disziplinierte Defensivarbeit hier gerade in dem Spiel Ist auch richtig gut Mein Bier ist gleich leer Das ist nicht schön Das ist auch Das ist jetzt Als Belohnung, Daniel Wenn wir's schaffen Ja Dann haben wir uns das Bier wirklich redlich verdient Boah Wenn mir die Schlücke über das Spiel noch ein So Ein Spiel noch und dann kommt gleich das Panini Das ist nie ein Meter drin Stimmt's Oh nein Ja Schön Ah, schade Ich hätte früher fahren müssen Ich war hinten Alles gut Da war ich dran Rücken Schön Lukas Jawohl Jawohl Ich kann da leider nicht dran Ich hab nur 20 Boost Alles gut Da ist keiner So gerade unter Doch Nein Ich wusste nicht, dass Der hat aber auch eine Parade bekommen Ja, aber ich hab den gehalten Er will zerstören jetzt Ja, hab ich gesehen Wenn die so anfangen wollen Wenn die so anfangen wollen Wenn die so anfangen wollen Ah, da stehe ich falsch Schade Schön Schön, Lukas Ich bin jetzt nicht zurück Schön Ich bin jetzt nicht Oh, da verkackt der Typ Oh, was machen die Oh, was machen die Oh, das holen wir Oh, was machen die Ja, schade Ach, schade Safe, save, save Nervös Yes Er geht nicht Er geht nicht Nicht es ist auch ein tor bei denen wieso verkack ich wieso verkack ich mein fehler wird so weit in die ecke gespielt ach egal ich treffe ich treffe heute die berg ist nicht mein tag machen also noch drei minuten ich bin hinten schön 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 scheiße sauber daniel ich geh drauf mit daniel sauber daniel sauber 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 die müssen ihr könnt so sieht es nämlich aus 1 1 sehr gut sehr gut 52 meiner ah dann breit er so weit ab ich bin verkackt ich bin geblockt ah ficken nix da sauber daniel sauber daniel war richtig schwierig nein dann schieße ich ihn an dadurch geht er zu weit nicht ich geh drauf yes ja sauber noch einmal noch einmal ja ich komm nicht dran dann will der missterstören der hofensohn wie dann kannst du den weg schön dass der vorbeigesprungen ist fuck geht nicht ja geht nicht ganz ruhig ganz ruhig gut wem muss gerade und der Ich habe eine Hälfte, Selfcall. Ist eine Hälfte. Sag ich das einfach so. Guck. Ja, ach, schade. Ne, hab ich nicht, du musst, Lukas. Ja, hab ich gesehen. Ich fahr nach hinten. Scheiße. Dann breit der auch noch so ab. Hab ich. Ah, sorry, halt ein bisschen früher. Ja. Ich musste selber gucken, ob ich ihn wirklich habe. Nicht. Tschüss, Lukas. Ich hab keinen Ball für den Boost, aber ist der so gut, äh, Boost für den Ball so. Nein! Ich hätte ihm nur früher schon schießen können. Ich hab ihn rausgehauen! Schade. Cool bleiben, Jungs, cool bleiben. Ich bleib cool. Alles cool. Alles cool. Schön. Alles cool. Sehr schön. Alles cool. Ich glaub, der Viva braucht einfach den Druck. Nein! Ist so. Sehr gut. Ja! Das muss sein, das muss es sein, finale! Ja, 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 ja! Das muss es sein, das muss es sein! Starck! Ja, ja, ja! Sehr stark! Ja! Ja,願au von der Mittellinie, schreibt Tobi. 20 sekund jetzt kein anschluss zu kassieren das ist so das wichtig fährt ich und also zähle quetschzwiebel hier sehr schön wie da behalten ohne buch ist das scheiß egal egal er kann der geht nicht der geht nicht der geht nicht sehr wichtig so das war's das war's da lege ich mich fest das war's das war's das war's das war's auf jeden fall das war's auf jeden fall das war's auf jeden fall marius muss panini herkommen da kommt das zbg ich habe beim 31 schon darauf gewartet die strides mit anderthalb ohne gleitgel also ein trockenes finale geil jungs geil war aber das krass gedreht das spiel also dass das halbfinale generell geil stark da wir jetzt auf jeden fall noch zwei minuten zeit deshalb hol ich mich schnell ein bier ich trinke die maus weiter wie spannend man